Aufnahme F10 So, liebe Leute, dann probieren wir das Ganze nochmal. Gerade habe ich schon die Hälfte hinter mir gehabt und habe natürlich das Mikrofon nicht eingeschaltet gehabt. Ich depp. So, hier sind wir bei Gareth's Place. Der hat hier wirklich sich ein Areal aufgebaut. Das ist der helle Wahnsinn. Und selbst ein Base Jump hat er hingebaut. Er hat eine Treffe gebaut. Und der Waste to Heaven, würde ich sagen. Da oben ist er, der Gute. Und da werde ich jetzt gleich mal hochfahren und jetzt den Base Jump riskieren. Mal sehen, wie das ist. Okay, dafür werde ich aber erstmal ein Stück mit dem Nomad hochfahren, weil das wirklich ist. Das ist wirklich ziemlich weit. Das ist unglaublich. So, fangen wir mal los. Dem Gareth entgegen. Das Problem war, dass ich nur die Hälfte der Rampe sehen konnte. Doch wo hoch der Roma steht. Und habe dann selber den restlichen Weg einspurig weitergebaut. Und da ist auch der Gareth. Hallo Gareth. Da rennen wir jetzt mal hoch den Rest. Kommst du mit? Hey. Super. Also wenn ich im wahren Leben, im real life, so die Treppen hochrennen könnte, da wäre ich glücklich. Ich wäre jetzt schon tot und würde auf allen Vieren griechen. Entgegen, die Sterne entgegen, gucken wir uns mal um. Was für eine Aussicht. Gareth läuft da. Ganz toll ist, wenn Wolken kommen, so wie jetzt. Ja. Musst du mal schauen, die hüllen die Rampe ein. Ja. Der Gareth läuft ein bisschen in der Luft. Der ist quasi da, wo normalerweise seine Rampe ist. Jetzt läuft er noch auf deiner Seite. Jetzt läuft er nicht mehr in der Luft. Also das würde uns beide interessieren, wieso das so ist. Ich kann alles sehen von Gareth's Bauten, nur die Hälfte der Rampe nicht. So. Aber da musst du wahrscheinlich jedes Mal wieder bauen, wenn du rauf bist. Das kann durchaus sein. Bei einem neuen Besuch. Meine Güte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bleibt von dir. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber so schlimm war das ja jetzt nicht. Und dann ab in den Wolken. Oh, du verschwindest ab und zu. Okay. In die Wolken, oder? Ja, das könnten Wolken gewesen sein. Ja, okay. Das war eine MRA-Wache. Das waren jetzt keine Bugs oder grafischen Probleme. Ja. Ich habe ein bisschen Boree jetzt von meinen Einstellungen, aber gut. Leute, also wie ihr seht, es geht weiter und weiter und wird überhaupt nicht mehr auf. Ich hätte besser auf den Gareth gehört, denn das wäre mit dem Novart hochgefahren. Aber da ist ja immer so mein eigener Kopfhör, weil das ist ja schrecklich manchmal mit mir. Müssen wir halt eben rennen. Du kannst ja oben im Foto-Modus rundum schauen. Dann hast du auch da gelegt. Stimmt, das werden wir auch gleich mal machen. Das ist eine gute Idee. Und das gehört und hört nicht auf. So, es geht weiter und weiter. Und ich glaube jetzt ist die Rampe noch da. Uah, ja. Ich traue mich gar nicht. Ich traue mich gar nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal in den Foto-Modus rein. Ja. Und dann... Das ist zu meinem Teil auch nicht wahrscheinlich, oder? Äh, nein. Bin ich jetzt in der Luft? Oder warte mal. Nein, du hängst in der Luft, genau. Okay, okay. Das... Da ist dein Ende, oder? Ja. Aber jetzt sehe ich... Ich habe noch zwei. Ja, genau. Womit mal? Ne, jetzt sehe ich die Rampe doppelt. Das ist ja interessant. Ne, das ist meine eigene. Stopp, stopp. Nein, nein, nein. Okay. Das ist meine eigene. Okay, Leute. So hoch ist man hier. Das ist der echte Wahnsinn. Mitten in den Wolken. Und da läuft der Garib. Steht in den Wolken. Man kann ihn kaum noch sehen. Wahnsinn. Da kommt er raus. Das Hotel. Jetzt dämmert es realer. Also ohne Fotos. Ja, ja. Das sehe ich auch. So, wir machen mal ein paar Fotos. Bevor wir hier losbringen. Der Garib, der steht schon da. Als wenn er gleich springen würde. Hey, ich kann ja noch zwei weiter gehen. Achso, okay. Stimmt. So weit habe ich nicht gebraucht. Jetzt stehe ich am Rande. Also ich bin jetzt im Foto-Modus. Da kannst du dich auch bewegt sehen. Und... Das ist echt stark. Meine Güte. Und das geht ja an von sich ziemlich schnell zu bauen. Im Kreativ-Modus. Ja. Das war ja jetzt kein Vorschlag. So, wenn man immer das gleiche Teil baut, ist kein Problem. So. Geländer, wo man erarbeitet. Das glaube ich. Ja. So. Dann hast du noch mal ein Foto von uns beiden. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ah, ne. Geh mal zurück. So, direkt neben mich. Weil ich das sonst, äh, sieht das, äh, ein bisschen doof aus. So. Dann dreh dich noch mal. Alles klar. Okay. Steht da feuchter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut. Yes. Okay. Okay. So, Leute. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ta-da. 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 Die Router-Bewegungen, was die Figur macht. Ha-ha. Super. Ja, ich muss ja irgendwie, damit ich mich hier nicht überschlage. Ist das toll. Und, und, und. Ta-da. Da-da. Super. Echt toll. Okay. Super. Das macht echt Spaß. Da könntest du Geld für verlangen, Gerrit. Ja, wie sie sehen, selber muss man sich eine Rampe bis zum Ende bauen. Ja, genau. Okay. Dann winke ich dir nochmal und dann stoppe ich die Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Tschüss.